Hallo Deutschland, willkommen liebe Zuschauer. Die Hintergründe sind noch unklar. Am Abend sind zwei Leichen in einem Mehrfamilienhaus in Detmold entdeckt worden. Eine junge Mutter und ihr sechs Jahre alter Sohn. Seitdem wird dringend dieser Mann, ein Nachbar, gesucht, der im Verdacht steht, die beiden getötet zu haben. Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei hat ein Autofahrer in der Nacht in Potsdam einen schweren Unfall gebaut. Er war den Beamten zuvor aufgefallen, weil er Schlangenlinien gefahren war. Eigentlich ist es ein hübscher Badesee vor den Toren Münchens. Aber jetzt ist der Feringasee in Unterföhring womöglich Tatort eines Gewaltverbrechens. Nachdem ein Arbeiter dort auf einem Parkplatz eine verkohlte Frauenleiche entdeckt hat, ermittelt jetzt die Mordkommission. Wer die Tote ist, ist bislang unklar. Mal wieder hat es auf einer der gefährlichsten Strecken Deutschlands gekracht. Auf der A2 bei Magdeburg waren insgesamt vier Sattelzüge in einen schweren Unfall verwickelt. Offenbar hatte einer der Lkw-Fahrer das Stauende übersehen. Tja, jährlich kracht es auf der A2 mehr als 2000 Mal durchschnittlich. Und wir haben es im Beitrag gehört, sehr oft ein Problem bei den Unfällen, die fehlende Rettungsgasse. Mehr als die Hälfte aller Autofahrer weiß laut einer Studie nicht einmal, wie man eine Rettungsgasse bildet. Autobahnpolizisten aus ganz Deutschland können ein Lied davon singen. Es war ein Fall, bei dem selbst dem erfahrenen und routinierten Ermittler Wolfgang Metzger der Atem stockte. Auch heute noch, 30 Jahre danach, sobald er darüber spricht. Der Kommissar der Kripo Karlsruhe muss 1987 den Mord an einer jungen Frau aufklären. Und was er damals am Tatort sieht, das beschäftigt ihn bis heute. Vor genau 90 Jahren gab es die erste Tankstelle in Deutschland. Und die war auch tatsächlich nur zum Tanken da. Mittlerweile gibt es knapp 15.000 und die sind so ein bisschen wie 24 Stunden Supermärkte. Was sich in diesen letzten Jahrzehnten so alles verändert hat, das wissen diese Herren hier besonders gut. Die zwei von der Tankstelle. Und jetzt eine Promi-Lady, die auch vollgetankt ist mit Energie. Anders könnte sie das alles gar nicht schaffen. Um wen es geht, verrät Ihnen Karin Webb jetzt bei Leute heute. Einen schönen Abend Ihnen und bis morgen. Hallo Deutschland um 10 nach 5.